Hallo zusammen, ich hier ist wieder Heuchiller und heute bin ich wieder für euch in Battle for a Shot unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Achievement Guide Video präsentieren. Heute geht es nämlich mal wieder um ein Horde-Only-Achievement und zwar ein Quest-Achievement hier Verbeugt euch vor euren Meistern und für dieses müssen wir den ganzen unten aufgezählten Lohren Respekt zollen. Und wie machen wir das? Wir nehmen so einen komischen Lohr ins Target und ja, machen Slash, verbeugen und dann verbeugen wir uns, selbst wenn wir auf dem Mount sind. Ja und sobald wir das gemacht haben, also ich habe mich jetzt gerade hier quasi verbeugt vor Paku, das ist der Lohr hier vor mir und dann habt ihr dementsprechend einen Fortschritt hier im Achievement. Ich werde euch jetzt zeigen, wo die ganzen Lohr sind, beziehungsweise ja, dass wir euch einmal da so ein bisschen in die Hand nehmen, dass ihr seht, wo ihr euch hinbewegen müsst. So ein kleiner Hinweis am Rande. Die Lohr, viele von den Lohren sind erst da, wenn ihr die dementsprechende Quest gespielt habt. Heißt, wenn ihr das Meta-Achievement habt mit der Geschichte, dass ihr einmal komplett Zuldazar durchgequestet habt, dann sind eigentlich alle Lohr auf der Stelle, wo ich sie euch jetzt zeigen werde. Wenn ihr das nicht getan habt, kann es sein, dass einige Lohr bei euch da nicht sind und ihr müsst erst mal die Quests um die jeweiligen Lohr machen. Ausnahme ist hier einmal Rezan. Den haben wir ja ganz am Ende dann in dem Dungeon. Den werden wir auch hier im Dungeon dann einmal, ja, uns reinbewegen und quasi uns vor ihm verbeugen, weil, ja, man ihn quasi nicht mehr so außerhalb antreffen kann. Wichtig vielleicht für euch, wenn ihr an den Quests gerade dran seid, dann könnt ihr auch während den Quests quasi euch vor den Lohren verbeugen. Das zählt auch für das Achievement rein. Also quasi ihr müsst nicht warten, bis ihr komplett am Ende durch seid. Bloß, wenn ihr mit dem Char komplett durch seid, dann könnt ihr dementsprechend jetzt hier komplett einmal mitbasteln. Also, den ersten haben wir schon, das ist Paku und zwar sind wir einmal hier oben auf den Koordinaten 71, 49 und dort kommt ihr hin, wenn ihr hier den Flugpunkt benutzt und hier am Rande hochlauft. Hier sind übrigens zwei Wege, also ihr müsst wirklich ganz am Berghang hochlaufen und dann kommt ihr halt hier dementsprechend zu Paku und ich würde sagen, wir begeben uns zum nächsten. So, jetzt sind wir am zweiten Punkt und zwar bei Jani und ja, hier befinden wir uns quasi am Ausgang zu der Saar Alor. Hier oben und zwar bei den Koordinaten 35, 8 und dort haben wir diesen netten Haufen und da drücken wir jetzt einfach mal drauf und dann haben wir hier Jani. Boah, hier kann ich sowas abgeben. Ich habe sogar, wo habe ich, das Item habe ich schon scheinbar auf der Bank flacken. Okay, geben wir das mal ab und jetzt machen wir verbeugen. Haben uns einmal vor Jani verbeugt und ihr seht, es zählt quasi hier auch rein und ja, dann klicken wir nochmal an, lasst mich frei. Ich denke, dafür müsst ihr die Jani-Questreihe zumindest zu teilen, obwohl der ist eigentlich auch da, wenn ihr das erste Mal die Questreihe macht, ne, bei Jani. Da kommt ja eigentlich gar nicht aus, dass ihr den auch dort habt. Ja, das war der zweite. Ich würde sagen, wir schauen dann gleich zum nächsten weiter. Ja, Nummer drei haben wir gerade hinter uns. Das ist der Werte Gong und der ist direkt am Flugpunkt. Das ist eine schicke Sache. Also hier bei den Koordinaten 49, 44 und dort ist direkt der Flugpunkt hier und da ist der Gong, können wir verbeugen und sind damit relativ nah dran und müssten dann auch schon den nächsten haben. Genau, Gong haben wir auch respektiert. Und jetzt fliege ich gleich hier nach oben. Und zwar wollen wir jetzt zum Werten Rezan. Und hier wird es, ja, was heißt ein bisschen kniffliger, Wir müssen halt jetzt einmal in die Instanz rein, weil, ja, wer, ja, wer die Geschichte so ein bisschen um Rezan mitgekriegt hat, mit ihm ja quasi da oben nach King's Rest, beziehungsweise die Instanz davor, wie heißt Altal Dazar, gelaufen sind und er dann in die Falle getappt ist und jetzt so ein Knochen-Dino ist. Wenn ihr natürlich den Vorherr noch in die Finger bekommt, während der Questreihe oder davor, wenn ihr bei ihm questet, könnt ihr euch natürlich auch dort verbeugen. Deswegen wir, oder ich jetzt im Speziellen, muss jetzt leider halt in die Instanz rein und mich dort vor ihm verbeugen, um dementsprechend das fürs Achievement zu bekommen, ja. Jetzt muss ich bloß gucken, ich schaue jetzt mal, ob ich Non-Stealth rein kann. Ich als Druid kann ja zum Glück quasi, ja, Stealthen. Aber ich versuche es jetzt mal für euch, nicht in Stealth zu gehen, also in Unsichtbarkeit und mal gucken, ob das auch funktionieren würde. Also hier haben wir die ersten Mobs, ne. Ich kann ihn hier ins Target nehmen. Ich verbeuge mich vor ihm und hat das gezählt. Wo haben wir denn? Rezan, ne, das hat nicht gezählt. Ich glaube, ich muss näher ran. Jetzt muss ich mal gucken. Nicht, dass das hier nicht gewertet wird. Mir wurde gesagt, dass ich quasi mich so verbeugen kann vor ihm. Beugen hat das jetzt gezählt. Ah, jetzt hat es gezählt, also muss auf jeden Fall in Reichweite sein, dass es geht. Gut, ich sage mal so, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ihr so vorbeikommt. Also von oben funktioniert es nicht, obwohl du ihn ins Target nehmen kannst. Gut, die Mobs hier, die könnt ihr theoretisch auch im NAC rein. Ich denke mal, die Mobs hier im NAC müsste man da und kriegen. Ich probiere es jetzt mal für euch, ob man quasi hier auch vorbeilaufen kann, theoretisch. Ja gut, okay, ihr könnt hier auch ohne Unsichtbarkeit, seht ihr, ranlaufen. Und wenn ihr einen Pult verbeugen könnt, ihr durchdrücken und könnt ihn ja einfach hinten resetten. Oder ihr sterbt halt einmal. Einmal für sich schief und sterben ist, denke ich mal, drin. Also auch hier kann man das relativ leicht machen. Gut, dann sind wir mit denen zumindest im ersten Gebiet durch und switchen mal dann rüber nach Nassmir. So, dann sind wir einmal bei Krakwa angelangt. Und zwar ist der hier auf den Koordinaten 75, 56, Nassmir. Und da einfach jetzt auch wieder Bo, das wenn einmal umarmen. Oh, der dreht sich sogar zu mir her und der hat sogar auch irgendwas. Ach, das sind die Ruf-Items. Okay, habe ich jetzt vorhin das Ruf-Item abgegeben? Den Goldkäfer. Okay, das war jetzt eigentlich dumm, das Ruf-Item abzugegeben. Ja, ist egal, ich habe ja schon vollen Ruf. Okay, aber zumindest haben wir Krakwa jetzt. Und ja, muss ich sagen, einmal auf zum nächsten. Dann kommen wir zum nächsten und zwar zu Bonsandi. Und den netten Bonsandi haben wir natürlich in seinem schicken Tempel. Wir sind jetzt auf den Koordinaten 39, 26 hier in Nassmir. Und müssen da einmal in seinen Tempel rein. Und ja, da drin müsste er rumgammeln. Ja, schaut, da haben wir ihn schon, den netten Bonsandi. Den nehmen wir ins Target. Slash Bowe oder Verbeugen. Und ihr seht, jetzt haben wir nur noch drei. Sind mit denen in Nassmir damit auch fertig. Und ja, müssen ins letzte Gebiet noch rüber. Und die letzten drei von den Loas noch uns holen. Dann sind wir am nächsten Tempel. Und zwar sind wir jetzt hier einmal in Vuldum angelangt. Und hier oben auf den Koordinaten 57, 12. Und ja, hier bei den Tordulanern haben wir den Tempel von Kimbul. Und da haben wir den Werten drin. Kimbul laufen wir einmal hin und machen dann wieder Bowe oder Verbeugen. Und da waren es nur noch zwei. Und ja, ich würde sagen, schauen wir gleich zum nächsten weiter. Dann sind wir hier auf dem nächsten Spot. Und zwar bei Setralis. Einmal auf die Karte geguckt. Wir sind hier bei den Koordinaten 26, 52. Das ist hier unten. Bei den Echsen quasi. Und zwar, ja, bin ich hier hinten vom Flugpunkt. Quasi hier ist der Flugpunkt für die Horde und Allianz sogar gleich. Hier einmal hochgeritten. Einmal hier rum. Und dort drin haben wir dann den Avatar von Setralis. Machen wieder Slash Bowe. So, und dann war es nur noch einer. Und wir müssen jetzt nur noch zu Akunda. Und ja, ich würde sagen, da machen wir uns jetzt auf den Weg hin. Ja, jetzt sind wir am letzten Spot. Und zwar einmal in die andere Ecke hier geflogen. Hier unten bei den Koordinaten 53, 91 ist dann Akunda, beziehungsweise der Tempel von Akunda. Und ja, haben wir hier diese Donner-Echse. Da laufen wir jetzt mal rein. Wieder Slash. Oh, es geht wegen der B-Bow. Und da ploppt mein Achievement auf. Wir haben allen Loan einmal Respekt gezollt. Das war es jetzt mit dem kleinen Achievement-Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein wenig weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr mich positiv wertet. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich selbstverständlich gerne abonnieren. Euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Ciao.